ich hab's geschenkt abholen all die langen langsamerkeit zwei abholen und zu erfolgen hoffentlich gibt es dort also ich habe genug essen ich kann mich nicht beschweren wie viel bingel braten der schweine flasche eigentlich vorliegt mit gar nichts zu einem kohlen wirklich also bräuchte gar nicht braten oder aber was ist kaum gar nicht die ganze zeit der der uhrlack der ersten folge und der gleiche so eine unterkunft oder sowas gefunden und hat durch alles essen daraus gekauft das sind penner so können wir nicht so viel glück so können wir nicht so viel glück das sind wir jetzt drastisch aus mit 18 fps durchgehen zu spielen überhaupt mit dem motion effekt danach noch ist das ein bisschen zack du hast es ja doch hier wird du musst du aufdrehen mit jungs ist flüssig auch schon auch noch da ist ja noch einer schweine flüssig auch schon oder ein schweine verspricht hier gar nichts dass ich muss die kacke nicht mehr braten die kacke nicht mehr Jetzt bin ich zweimal fast verreckt Wie ein Keeper? Ja Salz kann man auch mal mit Hab ich auch gemacht Ich habe irgendeine spezielle Steinkohle gefunden Diese war ganz normal, lasst sich ganz normal steigen, verdammte Kacke So So Es ist auch ziemlich viel Salz Hat man das gehört? 15 Uhr Weil von Kronk Weil du von Kronk Und Leute nein Das ist jetzt nicht ACDC Das hört sich das an Am Anfang glaubt Bis das Lied immer kommen ist Ich glaub, wo es hier ist So Wie sieht die sie Niemand weiß nicht mehr, wer das ist Da warst du noch Da warst du noch eine kleine Da ist eine Schlucht Lolo Lolo Kann man Leder essen? Und Rafa Lolo Fleisch kann man nur auf 16 stecken Rafa Okay Hast du gewusst? Jetzt gerade 60 mehr Ich habe Ich kann doch nicht nur 16 Fleisch haben Das gibt sie nicht, wenn ich schon ein Steck Leder habe Geil Ich habe nichts mehr zum Essen Schicht Du müssen doch nur noch Viecher sein Wo ein Huhn?! Dankeschön Du Du retzst mir das Leben Nice Dankeschön Es schwer es mir noch Ja Das Andeside Eisenerz Das Andeside kann ich mit Andeside Ich kann wahrscheinlich keine Spitzhackern machen, ne? Nein! ich auch noch für 30 sekunden tot war doch mir dann dass die pflaster stellen kann ich jetzt machen wieso weil ich durch die scheiß hütchen effekt bekommen ja ich bin der erste verregt mit das mit den hungers aber wirklich das ist super das ging jetzt aber schnell dass ich gedacht deine sachen sind komplett weg ja es bringt sich dass ich nichts zu dir zurück willst du zu mir kommen dafür diesing habe ich zuerst gefahren hättest du auch machen sollen hast du nicht es ist kein selber schuld kein mitleid die scheiße legt schon wieder gescheitstreck oder durch die leg habe ich gerade vier hungerkeulen verloren was willst du mich ich habe jedes fressen im spiel bringt nur zwei also eine also eine halbe hungerkeule die dornen sind kühl die machen die immer aber ist nicht ganz kühl dass die immer kaputt machen machen die immer ganz stecke das holz auch noch pass auf jetzt mal na passen sie mal auf ich habe hier gerade eisenerz aus andeside eisen jetzt das sind gedroppt das sieht wie normal sein jetzt sternen lauf du lauf ja auch das ist eine höhle verdammte schütte ich muss unbedingt die werkbank mitnehmen mit den oben den oben machen oh hä in dem ist gerade ein creeper explodiert ich kann dich hören skelette oder höre ich das bei dir Wann macht deine Minecraft sonst leise? Eistille. LOL, Raff, meinen Hall hat man auch in der Höhle. Das Halt. So habe ich doch nicht richtig gesagt. Alter. So. Hä? Ja, fick dich, Atmos. Mann. Was ist schon wieder? Ich hab's Tornenbüsche. Oh yes. So god damn true. Ich brate jetzt trotzdem mal ein Fleisch und schaue dann, ob das wirklich so wenig bringt. Weil, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ein halbes, das wäre da wieder unrealistisch. Sie wollen das Modpack so realistisch wie möglich machen. Dann machen sie es so unrealistisch. Das bringt auch nur eine, also, ah, nee. Das bringt eine, eine ganze, bringt das. Das Steak bringt ein ganzes. Nein, Steak bringt, eher Steak bringt ein ganzes. Normales, nicht gebratenes, bringt ein halbes. Warte, ich hab die fetteste Schlucht. Blau-Schiefer-Eisen jetzt. Irgendwas, dass es verschiedene Eisenherzarten gibt. Ja. Das ist aber das Beste, baust du es ab. Braust du es ab. Ich hab's doch normales Eisenherz. Okay. Oder halt in einem anderen Gestein. Weil in real life ist, oder? Ich weiß nicht. Das ist nicht sehr viel Gestein. Na ja, ganz realistisch ist das nicht was Sand. So Eisenherz im Sand. Gibt's auch? Ja, nee, wirklich. Ja, sicher. Nein. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich bin weg. Nee, es leckt schon. Es leckt schon wieder. Es leckt schon wieder weg. Oh Mann, was ist heute los? Wieso leckt das so? Das ist das. Riekt auch gleich. Mann, so viel. Stiefmütterchen. Gibt's wirklich alles? Wird's wieder Tag? Nein, es wird gerade Nacht. Wieso? Na, weil es jetzt kurz heller geworden ist. Ja, weil der Mond aufkommt. Also, weil der Mond kommt. So actual fuck ist das? Mosambus. Weißt du? Was? Mosobambus. Bist du auch? Ich hab richtig Kopfweh durch die Legs bekommen. Also, wir in China. Und wenn ich die ganze Zeit unter 30 FPS spiele, krieg ich irgendwann immer Kopfschmerzen. All. Uiuiuiui. Was war das jetzt? Ich mach jetzt mit einem guten Schädel raus. Legs. Legs. Hö? Eine Giftung. Das Ding wird. Warum gerät oder so? Ja, ja. Die hast du, wenn du auf eine giftige Pflanze trittst. Aber ich reconnecte mal. Das ist... Warnung. Gut. Farnung. Warnung. 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 Was ist heute los mit dem scheiß Program? Also der scheiß Webseite. Ador. aber auch ja auf dem draus überschuldigen und kriegst du es zu nehmen was ist alter mann ich bin die ganze Zeit nicht in die Gegend schaue ob ich mit Häuschen mit drei verschiedene Cowlstonaten habe ich einen Ofen gemacht ich habe Gold gefunden ich gehe bei unten einen Diamanten gibt es auch verschiedene Sachen Alter ja anders sieht Diamant erz da gibt es ja viele Diamant Sachen Alter du kannst Pingschellen verpassen ja das ist wow was für Lobob sind hier kriegst du kein Damage ich habe ein bislang dazu ich habe ein bislang dazu keine Musik für seine Aktion auf und wieder Edgar Schlack nein jawohl Edgar slipping stirbt da ich mag das nicht etwa hi das ist so dumm ja ist es ja auch klar ich mag solche youtube einfach nicht die sich in seine community anpasst der ist ganz genau hier haben schon dort wird zwölf jährige zwischen so reden werden idiot ja so ist es leider heutzutage schon als ich vorher auch gemacht Mammutbomben Scheiße hey oh Gott ich hab keine Erkenntnis die es mehr ja äh zu mir dann genau weg alles klar es verrotete Fleisch bringt doch ein halbes eine halbe Hungerkoller ja nur blöd ist wenn du dann Hunger bekommst ja das ist so fuck ich hab gerade Schau das ist nicht gut das reg ich nämlich ich möchte gar nicht regnen ey kacka man das hast du jetzt nicht gesagt ich mach mir schon mal ne Brust ne zuerst mal ich mach mir ne Hose dann Schuhe oder kacka man ja ja ids ich die